Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken. Und heute geht es mal um den Max Otte und im Value Investing um das Thema Königsanalyse. Das werden wir uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen intensiver anschauen. Wer ihn noch nicht kennt, Prof. Dr. Max Otte, unbedingt mal einige Videos anschauen und ein bisschen von ihm oder über ihn lesen. Er ist einer der bekanntesten Value Investoren in Deutschland, war auch schon in vielen Reportagen zugegen. Und auch bei Hard Aber Fair beispielsweise, immer wenn es so um Finanzthemen geht, ist er ab und zu vertreten. Was ganz interessant ist, ist diese Königsanalyse. Das sind 10 Kriterien, die hier von Max Otte zur Bewertung von Unternehmen herangezogen wird. Und ich hatte ja bereits in einem vorigen Video über Value Investing gezeigt, dass es bei der Net Current Asset Value Analyse von Benjamin Graham mehr um quantitative Kriterien geht. Also diese objektiven und trocken messbaren Zahlen wie Gewinnwachstum, Gewinntesaurierung, Ergebnismargen und so weiter und so fort. Und was jetzt Max Otte macht, ganz normal, so wie es auch Warren Buffett, Charles Munger und so weiter machen, ist, dass sie auch qualitative Kriterien hier mit berücksichtigen. Das heißt Wettbewerbssituation, Qualität des Geschäftsmodells und so. Alles Dinge, die nicht so einfach objektiv zu beurteilen sind, sondern mehr so subjektiv. Und daraus fasst er im Prinzip 10 Kriterien insgesamt zusammen und das nennt er dann Königsanalyse. Da werden wir in den nächsten Videos ein bisschen näher drauf eingehen und gucken, wie man denn mit dieser Königsanalyse vorgeht und wie man eventuell dadurch andere Unternehmen findet, als jetzt nur mit der Net Current Asset Value Strategie. Und jetzt aber noch eine andere Sache, die mich persönlich sehr interessiert hat und wo ich auch eine Frage noch offen habe, beziehungsweise nicht so wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll. Und ich werde auch jetzt am Ende des Videos noch eine kleine Kontaktnachricht hier schicken und mal gucken, ob ich da auch eine Antwort bekomme. Ich möchte auch kurz vorher noch klarstellen, dass ich bisher keinen Kontakt zu Dr. Max Otte hatte und auch kein Geld dafür bekomme, dass ich jetzt ein Video über diese Webseite oder über ihn drehe. Es handelt sich einfach nur um mein persönliches Interesse. Und zwar, wenn wir uns jetzt den Fonds nach Methode Otte angucken. Max Otte ist also sehr umtriebig. Der ist nicht nur häufig im Fernsehen und so weiter, sondern hat eben auch einen eigenen Fonds aufgelegt. Und dieser Fonds, wenn ich mich nicht irre, arbeitet im Prinzip nach genau der Strategie von der Königsanalyse. Das heißt, hier werden vor allem die Unternehmen gekauft, die halt dort in Frage kommen. Und jetzt hat er hier als Benchmark den DAX und den MSCI World mit angegeben. Hier sehen wir oben in blau den PI Global Value Fonds von Max Otte und darunter DAX respektive MSCI World. Und wir sehen dann auch hier, seit Auflegung hat der 103% gemacht, der DAX 50%, der MSCI World 16%. Das heißt, der Fonds schneidet hier auf dieser Darstellung besser ab als sowohl DAX als auch MSCI World. An dieser Stelle muss man natürlich schon mal was Value investieren. Und allgemein die Analyse von solchen Kennzahlen und solchen Charts und so weiter angeht, festhalten, dass das natürlich die Fondsrendite ist und nicht die Anlegerrendite. Das heißt, hier ist natürlich immer noch zu berücksichtigen und das weiß ich jetzt aktuell nicht, müsste ich dann nochmal genau nachlesen, ist hier der Ausgabeaufschlag, den man als Anleger zahlt und die jährliche Managementgebühr des Fonds schon mit einkalkuliert. Auch natürlich wichtig, wenn ich das Ganze mit DAX und MSCI World vergleiche, weil ja Fonds, die zum Beispiel DAX und MSCI World abbilden, in Form von ETFs oder so auch günstiger sein können, was das anbelangt. Aber ich bin noch auf eine andere Sache gestoßen, die mich verwundert hat, beziehungsweise einfach nur verwirrt und ich möchte jetzt überhaupt gar keine Anschuldigungen oder in keinster Weise irgendwas unterstellen, sondern einfach nur auf meine eigene Unfähigkeit hinweisen, das jetzt korrekt zu berechnen. Und zwar, ich habe den PI Global Value Fonds einfach mal hier in Form der WKN, das kann man ja ganz einfach hier einsehen. Habe ich mal in meine Online-Bank reingejagt oben in der Kurssuche. Hier habe ich ihn dann gleich vor mir sitzen, kann mir auch angucken, hier den Chart und so weiter. Und dann bin ich auf Kennzahlen gemacht, das würde ich sowieso allen empfehlen, wenn es bei Value Investing geht, um sozusagen auch mal die Performance zu vergleichen von Einzelaktien, aber auch Fonds und so. Das heißt, wir haben hier die Performance des PI Global Value Fonds und jetzt haben wir hier eine relative Performance und zwar relativ zu was? Zum MSCI World. Und hier steht jetzt, dass die relative Performance zum MSCI World in den letzten Jahren minus 16% ist. Und das ist für mich jetzt gerade unklar, weil das bedeutet entweder, dass hier sozusagen komplett andere Rechenmethoden verwendet wurden, anders mit den Dividenden vielleicht umgegangen wurde, andere Kriterien hier, die eine Rolle spielten, als bei dieser Messung hier. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Unterstellung oder so, sondern einfach nur die Frage an die Experten von euch, vielleicht kennt sich da jemand besser aus noch, was ist eure Meinung dazu oder wo habe ich eventuell hier einen Denkfehler? Weist mich darauf hin. Und ansonsten werde ich jetzt mal hier auch auf der Webseite in Kontaktformular das Ganze mal anfragen und einfach mal gucken, ob vielleicht hier eine Antwort kommt. Das war es erstmal für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video zum Thema Value Investing. Dein Kolja Barkow und Aktien mit Kopf.